halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu grieb vor ja sprich mit wir haben hier alles erledigt gott sei dank ich dachte wir tot noch etwas abwarten jetzt gehen wir gehen jetzt wieso sollten wir denn abwarten es ist es nicht mehr 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 es ist es es ist es es ist es wir waren manipulativen wir haben keine Idee dass sie sich um zu verabschieden wir haben die We killed the man that wounded you. He will hunt you no longer. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try? Were you desperate? This remedy was prepared for a precise purpose. To heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the Sinul Mennoi and torture them, bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malikor. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enonmil Frichtiman protects us all. Enonmil Frichtiman? God of a thousand faces in your tongue. The one and many who protects us and our island. They and we are tied and bound. As they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite. But the crimes of the Rhaenaxi enrage it. After all, perhaps your Malikor is their vengeance. This is strange. The two tracks that we followed have led us to the same name. Enonmil Frichtiman. The god of the island. A god that seems to be truly real and friendly, above all. But to think he would go as far as to create a sickness for all of us. We know that the congregation came to this island long ago. A lot longer than we first thought. The Malikor could be a consequence of that first attempt to colonize. A curse cast at that epoch. Brought back by the first defeated colonists. After all, are they not the reason the first guardians of the native legends appeared? Whatever, one thing is certain. If there is something or someone on this island powerful enough to heal the Malikor, it is certainly him. We need to bring this news back to Constantine. Even if we don't have a remedy as of yet. He will be happy to know that we have made progress. Ja. Okay, wow. Okay, äh. Ach. Äh, ja. Da haben wir einiges zu tun. Ähm, ich allerdings für meinen Teil, ähm, möchte jetzt, äh, lieber die Neben-Quest, äh. Ach genau, wir müssen da ja noch was machen. Schatten-Champion der Erinner. Kurz-Quest müssen wir noch machen. Und Petrus hat auch noch eine Quest für uns. Was auch, dann machen wir die jetzt hier erst zu Ende. Äh, da. Das passt nämlich, denn jetzt tue ich nämlich Afra wegschicken. Und nehme Petrus mit. Genau, dann passt das jetzt auch, weil dann können wir nämlich nach, äh, äh, Kurzaufgabe, können wir dann nämlich Petrus, äh, vervollständigen. Äh. Was? So viel Latschen. Okay, ich bin dabei. Äh. Kann ich hier rein? Ja, geht doch wunderbar. Sehr schön. Ach ja, hier ist genau, hier ist ja das Dorf. Wo ist denn die Mine? Kann ich... Ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Ich glaube, ich muss da durch. Mal vorsichtshalber immer mal so gucken. Ach mein Gott. Ich bleib lieber auf dem Weg. Okay. Da ist auch noch was. Ich hab schon wieder was gehört. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. Äh, jetzt sagt nicht, wir müssen wieder zurücklatschen. Hä? Geh, jetzt verlassen die Mine, ohne eine Neude zu verteilen. Habe ich das jetzt nicht richtig mitgekriegt? Wo muss ich hin? Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Naja. Beobachte die Aktivitäten der Mine. Da machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Those crazy fools have reopened this mine. It's revolting. Ach ja, jetzt müssen wir wieder komplett zurück. Oh Kai. Pass auf. Dann machen wir das Ganze so. Jetzt bin ich am überlegen. Wir müssen da zum Konstantin. Da müssen wir da hin. Dann würde ich jetzt erst eine andere Aufgabe weitermachen. Weil wir ja sowieso, wenn wir den Heiler gefunden haben und die Nachricht, dass wir noch kein Heilmittel gefunden haben, sowieso nach Konstantin müssen. Weil der Consiglione da, Dingsbums, der ist ja hinter dem Raum, in dem sich Konstantin befindet. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich bei Konstantin reingehe, kann es sein, dass ich ihn entweder selber ansprechen muss. Das wäre gut, dann würde das klappen. Wo es kann natürlich aber auch sein, dass eine Zwischensequenz gestartet wird. Und ich möchte das irgendwie jetzt gleich alles auf einmal abklappern und nicht dann fünfmal zu Konstantin hinrennen. Deswegen werden wir jetzt erst den Heiler suchen. Genau, wir werden jetzt erst den Heiler suchen. Stehe die hier raus, das ist Quatsch. Okay, das ist jetzt erstmal nichts. Prüfung des Wassers. Das Lied, das Leid von Konstantin. Bitte den Heiler der Willen her, bitte den besten Doktor in Hick mit um Hilfe, bitte die... So, dann machen wir das auch noch eben. Oder ich mache erst die Nebendinger. Ja, ich mache erst die Nebensachen. Gut, dann machen wir erst Kurt. Dann machen wir erst Kurt und dann machen wir Petrus. Möchte sonst irgendeiner mit mir vielleicht gerade reden. Außer Petrus. Nein. Ich verstehe nicht, wie das... Ich weiß nicht, wie das mit der Dingens laufen soll. Mit der Romanzoptik. Weil bis jetzt konnte ich mit keinem weiterreden. Es hakt immer hier, wenn es dann zu dem Ding da kommt, dass man... Bis jetzt konnte ich ja keine Romanzoption. Das verwirrt mich ein bisschen. Aber wir sprechen jetzt erst mal mit Sieglinde. Auch ganz komischer Name. Sieglinde. Hier können wir sogar rüber. So, Sieglinde ist hier irgendwo. Genau, wir müssen ja wegen... Ja. Oh, wen haben wir denn hier? Ah, Your Excellency. Ich bin glücklich zu sehen. Es scheint, da hat sich eine Unbezügliche entwickelt. Die Manager der Tavern kamen zu finden. Er hat mich verletzt. Er hat mich verletzt. Er hat sich 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 verletzt. Und du fragst, ob Egon involviert wird? Sehr gut. Ich werde herausfinden. Nein, danke. Aber Sieglinde kenne ich nicht. Weibliche Version davon oder nur ausgedacht? Und Sie über Kurt befragen? Uhu. Wenn Sie sich ein paar Schmerzen erzählen lassen können, dann wäre es besser, wenn ich weggehebte. Nein, solche Dinge zu sagen, Kurt. Sie wissen, ich habe nur gute Dinge zu sagen über Sie. Wir haben uns lange kennenzulernen, und wir haben zusammengehebte. Ich denke, wir haben uns nahe nahe von den Ideen der Guarden. Ein mercenarii-Gild, sicherlich. Aber für die Worte und Loyalte sind keine Worte. Unsere sagen würden Sie, dass wir über die Zeit sind. dass unsere Vision sehr nahe und idealistisch ist. Vielleicht ist das wahr. Aber ich will nicht kämpfen, und zu riskieren mein Leben für was ich glaube, ist richtig. Kurt, auch. Was noch etwas anderes? Wir sind hier zu sprechen über ein Dokument wir in der Training Camp gefunden haben. A letter, signed by Major Herrmann. Er ist hinter all das, Sieglinder. Herrmann. Kurt, das ist jetzt persönlich. Wenn diese Geschichte fertig ist? Ich könnte Marshalen, aber Sie wissen, wie viele Leute ihn unterstützen. Ich weiß, er wird wahrscheinlich weg. Jeder liebt der Heroik Major. Nein, wir haben eine andere Art. Die Ordo-Luminis. Sie wollen sie als heretischen? Wenn er als Torsten wurde, er hätte sich gebrochen und gebrochen. Sie denken, das ist weniger schmerzhaft? Ich weiß nicht, ob Sie kamen für meine Hilfe oder meine Bedürfung. Sie haben beide. Aber ich sage mir, dass Sie sich nicht nachzudenken, nach dem Zeitpunkt. Sie haben meine Worten. Wir brauchen nur Ihre Hilfe, um zu finden Herrmann zu finden. Er hat sich in der Falle gebrochen. Und Sie brauchen Hilfe in der San Mateus Barracks. Ich spreche mit dem Corporal in charge des Prisons. Ich weiß ihn gut. Er ist loyal. Er ist von der alten Schule. Wenn er helfen kann, er wird. Es scheint, dass die Ordo-Luminis die Prisons in den Prisons des Guarden halten. In fact, wenn Sie nicht zu vermeiden, wenn Sie sich nicht zu viel aufzunehmen, Sie können zu bringen Herrmann dort direkt. Ich schreibe Ihnen einen Text für die Corporal. Hier geht es. Vielen Dank für das für mich, Sieglinder. Sie ist willkommen. Und nicht vergessen, Kurt. Das müssen wir nicht machen. Wir fahren mit dem Inquisitor. Wir fahren mit dem Inquisitor. Schön, dass wir jetzt so reisen durften. Das ist mal was Positives. Läuft der hier irgendwo rum? Tatsache, der steht da. Unser Freund. Unser Freund. Das ist die Situation. Wunder. Und das ist eine Liebe. Es ist eine unschuldige Taatschein. Wir unterstützen Sie, zu einem Mann, durchgängigen Errsz sûert. der der die Dämonischen Geist, durch die Savages durchgebezogen? Nicht genau. Er ist verantwortlich für viele Todes, und war einer von Torsten's supporters. Die, wie Sie wissen, hat er zu verabschieden, um Ihren Gouverneur zu verabschieden und zu holen. Das ist wirklich ein Verabschied. Aber sie haben nichts zu tun mit Ordo-Luminis. Sie sollten denunzen diesen Mann zu Ihren Gouverneur. Ich bin sicher, dass sie ihn glücklich haben, um ihn zu verabschieden und zu verabschieden. Sie sollten mich jetzt verlassen. Your lack of faith has already been proven in the past. I don't know why you even came to see me. Come now, Aloysius. Are you going to let this regrettable incident obscure your judgment? Incident? You call the obvious lack of faith of your protégé and her behavior an incident? A momentary error, nothing else. Which she largely made up for by denouncing the commander's plot. To think that without her, San Matthäus would be in the hands of faithless, lawless mercenaries. And that we would no longer have any chance of guiding this island towards the light. Oh, wir könnten Petrus' Argumente anbringen, versuchen ihn zu überzeugen, versuchen ihn zu bestechen. Wir machen mal Petrus' Argumente anbringen. Yet you know that Father Petrus' Argumente anbringen. I saved your city with the help of Kurt here. And all that we ask in return is that you help us deliver justice. The man we are here to speak to you about escaped punishment thanks to political support. In a sense, it's ironic, isn't it, Petrus? But you're right. We have a debt towards you, and justice must be delivered. I can't have your man publicly arrested without raising too many questions. But if you arrange for him to come to one of our jails discreetly, I'll make sure justice is delivered. Always watching you. So, äh, sprich mit dem Gefängnis von San Matthias zuständig ist... Achso. Ach, jetzt muss ich jetzt hier wieder gucken, wie ich da wieder hinkomme. Ohhhh. Ich lauf doch jetzt bestimmt wieder verkehrt herum, oder? Ich weiß nicht, wie ich jetzt am Hafen gelandet bin. Aber ich scheine richtig zu sein. Ah, wunderbar. Okay, das ist die Taverne. Ist jetzt hier genauso aufgebaut wie... Oh, irgendwie der Meneo. It's blocked. Muss ich nach unten? Muss ich nach unten? Wo ist eine Treppe? Hier nicht? Da. Hab ich mich jetzt erschrocken, Hund. Ich muss da einmal kurz gucken, was er macht. Herr, Kommandor Sieglinder wrote this letter to you. Hmm. Ich habe das nicht erwartet. Even though ich noch nie mag der Major, der Kommandor ist mir zu tun, um alles zu helfen, um zu helfen, in Ihre Mission zu helfen. So, was kann ich für Sie? Wir suchen den Major. Wir wissen, dass er hier ist. Ja, und er ist, dass er noch immer noch ist. Aber ich habe ihn nicht gesehen, für ein paar Zeit. Following the coup, he was probably expecting us to go after him. The only people he may have told about his hiding place are his lieutenants. Those two are his henchmen. I see. Well, we'll just have to go and interrogate them. If we bring him to you, can you make sure he ends up in an Ordo-Luminous jail? Do you want to condemn him to the stake? That's a bit extreme. Listen. I can lock him up, Aber du hast einen Weg, um meine Männer zu sehen ihn zu lassen. Warum ist das? Alle die Gäste in der Stadt wissen die Major. Wenn sie ihn hier sehen, will sie wissen, warum. Und sie werden sicherlich von der Inquisition auswählen, das könnte schlecht enden. Du bist nicht falsch, Corporal. Was sagst du? Wenn du mir ein paar sleeping potions bringst, dann könnte ich die ganze Menge zu schlafen. Wenn sie wundern, Ich hab Schlaftränke? Ich dachte, ich hätte die jetzt schon dabei. Okay, ich kann doch die Schlaftränke hier irgendwie machen. Das weiß ich doch. Nein, falsch. Ich hab hier irgendwo so ein Ding gesehen. Ich muss nur gucken, wo das war. Hier irgendwo. Ansonsten muss ich das von zu Hause aus. Ich mach's von zu Hause aus. Ich kann jetzt nicht sagen, wo das Ding war. Aber ich weiß, dass da der Tier irgendwo wohnt. Schlaftrank. Zottiger Schiller Pauling. Oh. Mir fehlt was. Wo krieg ich denn? Wo krieg ich denn? Zottiger Schiller Pauling. Muss ich doch was kaufen? Ja gut. Hier ist der. Da ist der Tier. Das macht gar keinen Sinn, weil das ja so nah in meinem Haus ist. Hier. Du brauchst doch bestimmt schlafen. Komm kaufen. Okay. Er hat nichts, aber... Schiller Pauling. Hier. Den hat er. Äh, so viel brauche ich nicht. Äh, ich nehme mal 10. Brauche ich 19? Ich nehme mal 6 mit. Das scheint mir eine gute Nummer zu sein. Das war ja das einzige, was mir noch gefehlt hatte, glaube ich. Weil einen Schlaftrunk jetzt direkt hat er ja nicht. 1, 2, 3. Wie viel brauche ich? Ich mache mal 3. Ja, 3 waren es. Na. Das hat ja ganz gut geklappt. Bis jetzt. Jetzt müssen wir den Typen nur noch kriegen. Und ihn dann hier hinbringen. Dass da bestimmt auch nichts schwieriges werden würde. Runter in den Keller. Gut, befrage die zwei... ...Leutnants. Machen wir das natürlich direkt. Der eine ist hier. Ja? Ja? Du bist weit weg von deinem Regiment, Kapitän. Was willst du? Nichts. Für jetzt. weehle Soldiers Everyone outside, that's an order But er, Captain With all due respect You're not in our regiment We're supposed to stay here, Captain We must guard the barracks I believe that the rank of Captain of the Guard counts regardless of regiment, Soldiers Especially when the said Captain Wir sollten ja einen Weg finden, dass die Soldaten ablassen, klar, weil so kriegen die das natürlich auch mit. Sie sind mit mir, Lieftenant. Ich würde mich sehr entschuldigen, dass du als eine Begründung verletzt hast. Hör, Kapitän. Wir wissen wirklich, was du sagen willst. As für deine Fretz, du bist nicht unser Superior. Du bist nicht ein Teil unserer Regiment. Aber wir sind hier mit deinem Kommanderer. Der Major ist verletzend. Du besser sagst uns, wo wir ihn finden. Lies. Der Major ist ein rechtes Mann. Wir geben ihm unsere Leben. Was? Oh, warum? Was willst du mit diesen beiden tun, Kurt? Lieftenant, du bist für heute unter Arrest. Geh zum Kommanderer. Sie wird entscheiden, was mit dir zu tun. Auf deiner Ordnung, Kapitän. Lass uns den Major finden, bevor er erläutert. So, ich muss mich jetzt aber auch bei euch verabschieden und tschüss, bis zum nächsten Mal. appointments, wenn knallst es oder wird, oder? 2 Ä입ende. z